Heya Rockstars! Nach so einem sehr zu sehr ersten Jahr wird es mal Zeit, Danke zu sagen! Und wir freuen uns natürlich in der Zukunft weiterhin, so richtig mit euch zu feiern unter dem Motto Rock it like a gentleman! Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.